Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück! Wir haben jetzt endlich die ganzen Infos, die wir zur Beta ja eigentlich so sehnlichst erwartet haben und wir haben seit heute 16 Uhr, also vor knapp eineinhalb Stunden sag ich mal, das neue Reveal-Video für den MW3-Multiplayer bekommen. Dieser MW3-Multiplayer bietet uns einiges und gestern haben wir bereits von ein paar Lead-Entwicklern von Sledgehammer Games so eine Art Intel bekommen, bei dem wir gesehen haben, was die neue, naja, wie soll ich sagen, Aftermarket, so nennen sie die Aufsätze, Conversion-Kits sein sollen. Dafür gibt es ein paar Infos von mir und dann, was wir in der Beta eigentlich für Maps erwarten können. Fangen wir mit Aftermarket an. In Call of Duty Modern Warfare 3 können wir aus verschiedensten Waffen komplett neue Waffen machen. Das ist ein bisschen ein Abgang von diesen Voids, die wir ja eigentlich in MW2 hatten, die dann fett promotet worden sind, wo ihr dann aus einer Void-Edition, die 110 Euro gekostet hat, eben alle Aufsätze für eine M4 bekommen habt und die nicht freischalten musstet. Danach kam es nie wieder. Also, Roi-Krepierer hat sich wohl nicht gelohnt oder man wurde nicht fertig damit. Diese Aftermarket-Parks sollen dafür sorgen, dass man zum Beispiel aus dem schwersten LMG im Game eine Bull-Pop AR machen kann. Oder, dass man aus einer Rennetti-Pistole eine SMG machen kann. Oder eine Akimbo-Uzi oder oder. Etwas, wonach ich seit Monaten und Jahren eigentlich schrei, weil es dafür sorgen wird, dass man eben mit verschiedenen Waffen-Kits viel mehr Spaß haben kann. Und Content in Call of Duty mittlerweile, das ist jetzt aus Content-Creator-Sicht, Content in Call of Duty ist schon seit Jahren nicht mehr, oh, ich kann 200 Kits droppen. Ja, das kann halt jeder, wenn er will. Und wenn man nicht gut genug ist, dann reverse boostet man halt und spielt gegen Noobs und macht es dann. Also, das ist kein Content mehr. Content ist bei Call of Duty mittlerweile das, was man zumindest machen möchte. An meiner Stelle ist, was mit SBMM halt schwierig ist, witzige Challenges, witzige Waffen-Bits und damit Challenges machen. Diese Conversion-Kits sollten dabei helfen. Die bekommt man allerdings nicht einfach so, sondern es gibt da ein paar Voraussetzungen. Die erste ist, ihr müsst in diesen Conversion-Kits erstmal Zeit investieren. Nämlich, ihr müsst die Waffe auf Max-Rank bringen. Wenn ihr eine Waffe, zum Beispiel die, keine Ahnung, M4, auf Max-Level gebracht habt, bekommt ihr zur Freischaltung, das werdet ihr sowieso für die Tarnung ja machen wollen, die Aufgabe, die nächste Aufgabe für das Aftermarket-Kit. Und das wird dann zum Beispiel sein, wir haben es gestern gesehen, mach 25 Headshots mit dieser Waffe. Und da werden verschiedenste Aufgaben sein, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mach 3 Blutrünstig, mach 10 Weitschüsse, mach 5 von hinten. All diese Sachen, die wir aus den Tarnungsaufgaben bereits kennen, danke Sonne, dass du jetzt auch hochkommst, viel zu früh leider, all diese Sachen, die wir bereits kennen, werden wir in dem Fall dann eben als Aufgabe für diese Aftermarket-Kits haben. Und wenn diese Aufgabe gelöst ist, können wir eben aus der Waffe, die wir gespielt haben, zum Beispiel der M4, andere Aufsätze drauf machen und eine andere Waffe draus machen. Das bedeutet aber auch, dieses Konfuse, was wir in MW2 hatten, ich muss bei der Waffe den Receiver freischalten, um den Aufsatz freizuschalten, damit ich mit der MP5, mit der ich danach spielen möchte, diesen Aufsatz freischalte, damit sich dann der Baum freilöst zum MG. Fand ich ein bisschen dumm in MW2, haben sie jetzt wieder aufgelöst damit. Bin ich sehr gespannt, wie sich das am Ende wirklich spielen lässt. Ich hoffe, dass es einen Mehrwert bringt. In diesem Aftermarket-Trailer haben wir auch gesehen, es wird wieder ein Gunstop geben. Das heißt, wir werden wieder eine Shooting-Range haben. Da hoffe ich, dass die besser ist als die Shooting-Range in MW2. Denn die in MW2 ist, als hätte ein Achtjähriger sich da hingesetzt und mit irgendeinem Programm, einfach so ein Minecraft-Programm, drei Sachen zusammengebaut. Also das ist eine Shooting-Range, die ist so schlecht, man hätte sie auch rauslassen können. Detaillierte Waffen-Stats sind wieder dabei, das heißt auch sehr, sehr genaue Stats. Wie viel Schaden macht eine Waffe, was für eine Reichweite hat sie und, und, und in Zahlen. Das Problem dabei ist, erstmal finde ich es gut, dass es da ist. Das Problem ist aber, wenn diese Stats wieder falsch sind, wie sie das bisher fast immer waren in Call of Duties, dann bringen sie einem nichts. Es bringt mir nichts, dass mir jemand sagt, dass die M4 60 Schaden auf den Kopf macht, wenn es in Wirklichkeit 50 ist und das immer falsche Angaben sind. Das ist ja auch das Problem, was man eben bei diesen ganzen Patch-Notes immer hat, gerade bei Infinity Ward. Wenn da was steht, ist es falsch oder es fehlt irgendwas oder es steht zu viel dort. Ob Waffentuning dabei ist oder nicht, wurde jetzt so nicht gezeigt. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ich fand Waffentuning war einfach komplett überflüssig, unnötig und hat am Ende des Tages, seien wir ehrlich, überhaupt keinen Unterschied gemacht. Die Beta, sie beginnt am 6. Oktober. Einen Tag vorher ist das COD Next Event, wo eben jetzt wieder viele Creator eingeladen sind. Bei der Beta werden wir fünf verschiedene Karten spielen können. Finde ich schon gar nicht so schlecht. Und zwar Favela, Estate, Skydraw, Rust und am zweiten Wochenende, wenn dann alle spielen können, Highrise. Warum ich sage alle, einfacher Grund, die ersten zweieinhalb Tage können alle spielen, die auf der Playstation vorbestellt haben. Dann können alle auf der Playstation spielen. Dann können alle Vorbesteller von allen Plattformen spielen, plus Playstation-Nicht-Vorbesteller. Und dann die letzten drei Tage können alle spielen. Egal, ob ihr vorbestellt habt oder nicht. Wenn ich noch an weitere Beta-Codes komme, schicke ich euch die irgendwie per Twitter oder sowas. Ich habe aktuell noch keine. Ihr müsst mal MMOGA abchecken. Da gibt es mit Sicherheit eine Option, dass ihr euch für ein oder zwei Euro wieder welche kauft. Da gab es bisher immer welche und da wird es auch jetzt wieder welche geben. Dann kam ja heute dieser Reveal-Trailer für den Multiplayer. Und der hat im Prinzip zwei, beziehungsweise drei Sachen, die ich definitiv erwähnen möchte, weil sie mich persönlich sehr freuen. Das erste ist, es ist eine normale Minimap zu sehen. Mit normalen, roten Punkten auf der Minimap. Es ist unglaublich, dass wir im Jahr 2023 so etwas als positive Note in einem Video erwähnen wollen. Nach den letzten Jahren mit, sagen wir mal, Vanguard, wo man einen Perk dafür brauchte, kann ich noch mit leben, sage ich mal. Und MW2 und MW19, wo selbst ein Perk uns nicht geholfen hat, weil Infinity Ward ihre Sentinets schützen möchte, ist es so, dass wir endlich wieder eine normale Minimap haben. Man sieht es im Trailer, finde ich ganz geil. Dazu ist, Captain Price slide-cancelt und schießt währenddessen in eine Garage rein. Finde ich sehr, sehr geil. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute ausrasten, Slide-canceln an sich ist mir persönlich scheißegal. Es tut mir auch leid. Aber jemand, der nicht in der Lage war, Slide-canceln zu lernen, das hat ungefähr, keine Ahnung, drei Wiederholungen gebraucht. Dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ich brauche es nicht, aber ich bin ja über jedes Stück Movement in dem neuen COD froh, was wir kriegen, damit sich mein Char nicht mehr so anfühlt wie in MW2, als wenn er irgendwie Zement an den Füßen hätte und vergisst, während er slidet, dass er eigentlich ein Soldat ist und ein Soldat, während er slidet, durchaus auch eine Waffe schießen kann. Das sieht ganz gut aus. Dazu kommt, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube MW19 das letzte Mal, vielleicht nicht wichtig, ich finde es ganz cool, XP-Anzeigen, wenn wir etwas zerstören, wenn wir Kills machen, wenn wir Punkte bekommen generell, ist wieder in Gelb gehalten. Das heißt, das ganze Theme von MW3 ändert sich, was das angeht, ein bisschen von MW2. Jetzt aber auch noch der negative Aspekt, wenn man sich das Hauptmenü anguckt und die Zeichen rechts oben im Aftermarket-Weapon-Gunsmith-Reveal von vorgestern, sieht man, dass eigentlich alles dort bei MW3 1 zu 1 aussieht wie MW2. Das heißt, die User Experience, die UI, wurde anscheinend nicht überarbeitet, was meiner Meinung nach ein dickes, fettes L ist, weil das Interface von MW2, das Hauptmenü, wie man zu den Modi kommt, wie man die Modi auswählt, ist mit Abstand das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Das sieht aus, als wenn irgendeiner, der sonst Netflix diese Applikation fertig macht, jetzt für Call of Duty eingekauft wurde. Ich hoffe inständig, dass da irgendetwas noch dran passiert, weil letzten Endes das Gameplay soll gut sein, aber wenn ich schon Kopfschmerzen dafür bekomme, weil ich auf der Suche nach einem Modus bin, dann kann es nicht sein. Und, kleiner Funfact zum Ende, es gibt ein YouTube-Video, was erklärt, wie man den Multiplayer von Modern Warfare 2 im Menü findet und dieses YouTube-Video hat 270.000 Aufrufe. Das heißt, da haben 270.000 Spieler wirklich bei YouTube gesucht, wie sie den Multiplayer finden, nachdem sie das Game gestartet haben. Ich bin froh, dass Infinity Ward Zeit jetzt erstmal vorbei ist. Die können jetzt in den Keller gehen und da weiter lachen. Ab übermorgen, neue Ära, Sledgehammer. Ich bin gespannt. Hype gibt es keinen. Dafür ist diese Franchise mittlerweile zu sehr weit unten bei mir. Aber zumindest haben wir Hoffnungsschimmer. Ich glaube, dabei kann man es belassen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Ich bin raus.